Ich möchte heute etwas über die Labioplastik erzählen, die sogenannte Schamlippenverkleinerung, bei der zu große, das heißt über die äußeren Schamlippen herausragende kleine Schamlippen verkleinert werden. Mein Name ist Andrea Retzek und ich bin plastische Chirurgin aus Leidenschaft. Seit über 20 Jahren darf ich nun schon meinen Traumjob ausüben und meinen Patientinnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein sehr heikles, intimes, sensibles Thema, bei dem viele Patientinnen lange zögern und versuchen, viel Information schon im Internet zu recherchieren, bevor sie überhaupt in eine Ordination zu einem Beratungsgespräch kommen. Verständlicherweise, es ist ja doch etwas sehr Intimes. Und deshalb eben jetzt vorab einige Informationen, die, wie ich hoffe, vielleicht der ein oder anderen Betroffenen ein bisschen weiterhelfen. Zunächst möchte ich mit den Gründen beginnen, warum Patientinnen sich überlegen, hier etwas ändern zu wollen. Manchmal sind es einfach ästhetische Gründe. Das sind oftmals Patientinnen, die mit ihrem Äußeren eigentlich sehr zufrieden sind, selbstbewusst und mit beiden Beinen im Leben stehend und einfach sagen, gefällt mir nicht, finde ich unschön, möchte ich gern ändern, je nachdem wie aufwendig, riskant, kostspielig das wäre. Und oftmals kommen dazu oder auch ausschließlich funktionelle Beweggründe. Das heißt, Patientinnen, die sehr sportlich sind und einfach sagen, ja, beim Radfahren, beim Reiten, das scheuert so sehr, ich muss immer aufpassen, wie ich mich hinsetze, weil sonst tut es weh, sonst klemmt sich was ein, ich habe mich schon wund gescheuert. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich Sportarten, wo man es eventuell sehen könnte, dass hier zu viel Gewebe vorhanden ist. Das heißt, die engen Sportleggings oder auch beim Schwimmen. Ja, und nicht zuletzt gibt es natürlich auch, ich möchte es jetzt unter Anführungszeichen setzen, psychische Gründe. Manchmal schildern Patienten sehr leidvoll, sehr unschöne Erlebnisse, unangenehme, manchmal demütigende Bemerkungen von, ja, Mitmenschen, kann auch mal die Schwester sein, die einfach sagt, wie sieht das denn bei dir aus, oder sogar von männlichen Partnern. Diese Patientinnen genieren sich dann und kriegen diese Bemerkung dann einfach auch nicht mehr aus dem Kopf und sind dann sehr froh, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man das verändert, sodass sie sich wieder wohler fühlen können in ihrer Haut. Ja, und damit sind wir vielleicht eh schon bei dem Thema, was ist denn jetzt eigentlich normal? Ja, normal ist definitiv alles, genauso wie bei der Brust. Vom A-Körbchen bis zum großen E ist alles irgendwie normal. Die Frage ist nur, möchte man damit leben, fühlt man sich damit wohl? Ob es jetzt wirklich eine Definition für Hypertrophie der kleinen Labien gibt? Ich muss sagen, ich habe keine einheitliche gefunden. Es gibt eine Studie von einem Gynäkologen, wonach 85% aller Frauen angeblich kleine Schamlippen haben, die von den äußeren Schamlippen komplett bedeckt werden. Und demnach wäre schon ein geringfügiges Herausragen eigentlich eine Hypertrophie. Eine andere Definition besagt, dass circa 3 cm von der Falte, also von der Basis der kleinen Schamlippe in nicht gedehntem Zustand bis zum freien Rand, also 3 cm, schon eine Hypertrophie wären. Umgekehrt habe ich vor kurzem ein Gespräch geführt mit einer chefärztlichen Kollegin von der ÖGK, die gesagt hat, die Definition ist ganz klar 6 cm. Erst dann sprechen wir von einer Hypertrophie. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt für die Betroffene tatsächlich wichtig ist, wie es definiert ist oder ob vielmehr im Vordergrund steht, wie man sich selbst fühlt und ob man eben das Gefühl hat, das ist unangenehm, ich geniere mich, ich möchte das gerne ändern und ich denke, das ist auch der Hauptgrund, warum man sagen kann, okay, ich interessiere mich dafür, ich möchte da gerne was ändern. Ja, wie persönlich auch immer jetzt diese Gründe sind, warum Sie vielleicht interessiert sind an dem, was ich da erzähle, im Weiteren möchte ich gerne schildern, wie so eine Operation ablaufen könnte, beziehungsweise wie dann auch das Nachher ist, beziehungsweise auch die Risiken und Komplikationen sind natürlich etwas sehr Wichtiges. Der Ablauf, nun ja, Sie wünschen, wir spielen. Die meisten Patientinnen entscheiden sich letztendlich für eine Operation in lokaler Betäubung und ambulant, aber natürlich kann man auch eine Dämmerschlaf-Narkose oder eine Allgemeinanästhesie dazu haben und selbstverständlich ist auch eine stationäre Organisation mit einer Übernachtung möglich. Notwendig? Nun ja, meiner Erfahrung nach eigentlich nicht. Die Operation an sich ist völlig schmerzfrei. Man muss sich nur gut darauf einstellen, was auf einen zukommt. Ja, also im Prinzip vom Ablauf her wäre es natürlich so, dass am Anfang ein Beratungsgespräch stehen muss. Ein Gespräch zum gegenseitigen Kennenlernen und um eben restlos darüber zu informiert, informiert zu werden, was möglich ist und was nicht möglich ist und mit welchen Risiken das verbunden ist. Ein zweites Gespräch, bei dem man dann noch letzte Fragen klärt, ist an sich auch vorgesehen und am OB-Tag wird man natürlich auch noch einmal in gelagertem Zustand, wenn man also alles besser einsehen kann und besprechen kann, noch einmal vereinbaren, was tatsächlich gemacht wird. Das heißt, die Operation findet in einem Zustand statt, wie das auch bei einer gynäkologischen Untersuchung ist, nur dass die Beine eben bequem gelagert sind, weil an sich muss es ja auch dann möglich sein, wenn sie schlafen, das heißt ganz entspannt. Es wird zunächst eben, wie gesagt, die Schnittführung besprochen und dann quasi die sterile Waschung und Abdeckung durchgeführt. Und durch diese Abdeckung ist quasi der Oberkörper frei. Man kann also sozusagen, wenn man nicht schläft, sein Handy benutzen, etwas lesen oder sich sonst irgendwie versuchen abzulenken. Wenn Lokalanästhesie gewählt wird, dann empfehle ich immer, dass man vorher eine Salbe mit einem Lokalanästhetikum im Bereich der kleinen Schamlippen an der Außenseite aufträgt. Die Salbe brennt ein bisschen, aber das ist schnell vorbei und nachher spürt man sozusagen das Setzen der Lokalanästhesie, also den kleinen Piks, nicht oder fast nicht. Ist also, sagen das die meisten zumindest, weniger unangenehm wie die Lokalanästhesie beim Zahnarzt. Zusätzlich kann man natürlich gerne, wenn die Nervosität sehr groß ist, auch eine beruhigende Tablette und oder eine Infusion dazu haben. Das allerdings nur dann, wenn auch für eine Abholung gesorgt ist, weil alleine nach Hause fahren darf man dann natürlich nicht mehr. Die Operation selbst, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich darauf einstellt, dauert circa eineinhalb Stunden. Bisschen länger, bisschen kürzer, je nachdem, wie die Anatomie eben ausschaut, beziehungsweise die Wünsche der Patientin sind. Ja, und von der Operation selbst spürt man dann eigentlich gar nichts. Also das Gewebe ist wirklich komplett schmerzbefreit und bis zum Ende der Operation hat man also sozusagen in diesem Bereich überhaupt keine Sensibilität. Wenn die Angst zu groß ist und man das so nicht möchte, kann man natürlich auch das Ganze in Dämmerschlaf oder Vollnarkose durchführen lassen. In diesem Fall würde dann eine liebe Anästhesistin zu der ganzen Geschichte dazukommen, die für angenehme Träume sorgt. Ja, stationärer Aufenthalt, wenn viel Angst besteht in Bezug auf, was erwartet mich nachher, kann es da zu Blutungen kommen, was mache ich, wenn ich Schmerzen habe, ist natürlich möglich. Aber ich muss sagen, die meisten Frauen kommen eigentlich damit sehr gut zurecht, auch wenn tatsächlich, aber dazu komme ich dann später noch ein bisschen ausführlicher, schon Schmerzen auftreten, wenn das Lokalanästhetikum aufhört zu wirken. Ja, das heißt verschiedene organisatorische Möglichkeiten. Am Ende steht jeweils dann die verkleinerten inneren Schamlippen genäht mit Resorbierbarmnahtmaterial und ein zunächst einmal etwas angeschwollener, aber noch schmerzfreier Zustand. Ja, so viel also zu diesem Ablauf im Rahmen der Operation. Was dann halt wichtig ist, ist natürlich, dass man auch bespricht im Rahmen dieses Kennenlerngesprächs, was ist denn eigentlich der Wunsch der Patientin. Meistens ist es so, dass sie sagen, ja, ich möchte einfach nur nicht, dass da so viel hervorsteht, ich möchte mich nicht mehr einzwicken, ich möchte mich nicht mehr genieren müssen. Und auf der anderen Seite aber dieses, es soll nicht unnatürlich, es soll nicht operiert ausschauen. Das heißt, das ist dann quasi die Seite des Operateurs, dass man sich genau anschaut, wie ist denn die Anatomie, sind es nur die kleinen Schamlippen, ist es vielleicht auch der Glitoris-Mantel, den man irgendwie anpassen muss, damit das dann im Nachhinein nicht unnatürlich ausschaut. Generell muss man sagen, ein vollkommenes Entfernen der kleinen Labien, wie das auch manchmal durchgeführt wird, offenbar, finde ich eigentlich nicht in Ordnung, weil die haben ja funktionell einen Sinn. Man braucht ja ein bisschen Gewebe, um den Vaginaleingang zu schützen, abgesehen jetzt von der Sensibilität. Ja, aber wie viel, was genau und welche OP-Technik, das muss eben ausführlich besprochen werden. Und an Techniken sind unterschiedliche beschrieben. Das heißt, viele Frauen möchten, dass der meistens etwas dünkler, pigmentierte, freie Rand, der dann oft so besonders faltig oder auch irgendwie wulstig wirkt, dass der einfach entfernt wird. Und demnach würde sich eine quasi bogenförmig konturierende Technik, wo man eben genau diesen Rand entfernt anbieten. Das funktioniert auch oftmals gut, ist relativ unkompliziert und gibt ein in vielen Fällen schönes, natürliches Ergebnis. Den Klitorismantel anzupassen, dass dann nicht eben nur vorne viel Gewebe ist und hinten wenig, versteht sich irgendwie von selbst. Wobei man natürlich beachten muss, dass die unmittelbare Bedeckung der Klitoris natürlich unbedingt bleiben muss. Manchmal ist es aber so, dass die Klitoris selbst oder der ganze Bereich einfach über die äußeren Labien herausragt, also sehr prominent ist. Und wenn man dann sozusagen diese bogenförmige Variante anwendet, dann kann das sein, dass das irgendwie unnatürlich und komisch ausschauen würde, weil dann so eine Stufe zu diesem Bereich hin entsteht. Und aus diesem Grund haben sich verschiedene andere Techniken wie Keil und Läppchen und gemischte Techniken entwickelt. Das ist dann eben etwas, was man im persönlichen Gespräch herausfinden muss. Wo sind die Wünsche, Vorstellungen, Prioritäten der Patientin und was ist chirurgisch mit welcher Technik machbar und was bedeutet das im Nachhinein? Nun, im Großen und Ganzen nicht wahnsinnig viel, außer dass diese Läppchen oder Keil-Techniken vielleicht ein bisschen anfälliger sind für Wundheilungsstörungen, sodass man empfehlen würde, quasi eine etwas längere Schonzeit einzuhalten. Aber wie gesagt, das kann man persönlich, glaube ich, ein bisschen besser klären. Generell muss man sagen, was passiert jetzt nachher? Wie geht es mir unmittelbar nach Operation bzw. auf was muss man achten? Also im Prinzip ist es so, unmittelbar nach der OP ist das Gewebe genäht, trocken, also es blutet nichts, es ist schon ein bisschen geschwollen und es ist schmerzfrei. Das heißt, eigentlich nach Hause fahren, kein Problem. Normal auf die Toilette gehen, kein Problem. Wenn das Lokalanästhetikum nachlässt, dann wird es schon unangenehm, was ja auch nicht unlogisch ist. Das Gewebe ist so empfindlich und sensibel, ein gewisser Wundschmerz tritt auf. Interessanterweise sagen fast alle Patientinnen, dass sie am OP-Tag bzw. in der ersten Nacht schon entsprechende Schmerzen erdulden mussten, wobei natürlich Schmerzmittel jederzeit zum Einsatz kommen können. Also alles, was nicht die Durchblutung verändert, kann man einnehmen. Pacimed, Seractyl, Mexalene, Novalgen, alles gut. Am nächsten Tag interessanterweise ist es natürlich auch noch geschwollen und überempfindlich, aber es besteht kein Ruheschmerz mehr. Zumindest wird das von etwa 90% der Patientinnen so geschildert. Ein paar Heldinnen habe ich natürlich auch, die sagen, war gar nicht so arg, ich habe gar nichts gebraucht und ein paar sagen, ja die ganze erste Woche war ein bisschen unangenehm, ich habe immer wieder mal Novalgintropfen oder ein Seractyl geschluckt. Wichtig ist auch, das Gewebe ist sehr, sehr stark durchblutet. Das heißt, durch Druckerhöhung, sei es jetzt einfach durch wirkende Schwerkraft oder eben beim Gang auf die Toilette oder beim schweren Heben oder so, kann es zum neuerlichen Auftreten von Blutungen kommen. Auch das eher nur am OP-Tag und vielleicht am ersten oder zweiten Tag. Danach sollte das eigentlich nicht mehr Thema sein, aber auch darauf, dass es zu achten ist. Diese Blutungen kommen aus sehr, sehr kleinen Gefäßen, also es ist jetzt nichts Gefährliches in dem Sinn, aber natürlich muss es aufhören und das tut es am ehesten, indem man Ruhe bewahrt, sich hinlegt und sanft Druck ausübt oder kühlt, so wie man das auch bei Nasenbluten machen würde. Selbstverständlich muss der Chirurg oder die Chirurgin rund um die Uhr erreichbar sein, einfach nur um Fragen zu beantworten oder zur Not auch zur Verfügung zu stehen, wenn tatsächlich einmal so eine Blutung nicht aufhört. Ja, was noch, das habe ich jetzt schon mehrmals angeschnitten, ist die Schwellung. Das Gewebe ist eben wie gesagt sehr weich, sehr dehnbar und die Schwellung ist heftig. Demnach würde ich empfehlen, je nach beruflicher Belastung, die ersten zwei, drei Tage nach so einer Operation sich wirklich Zeit zu nehmen, um eben viel zu liegen, also quasi Ausschaltung der Schwerkraft und auch zu kühlen. Sitzende Tätigkeit ist danach durchaus wieder möglich. Das heißt, Frauen mit einem sitzenden Beruf machen manchmal Freitag OP und Montag wieder Büro. Jemand, der den ganzen Tag auf den Beinen ist, sollte sich vielleicht ein bisschen länger Zeit nehmen, damit eben quasi die Wundheilung nicht dadurch gefährdet ist, dass die Schwellung sozusagen durch dieses lange Stehen oder durch dieses den ganzen Tag Stehen eben verstärkt wird. Wann geht das wieder zurück? Naja, unterschiedlich. Ich würde mal sagen, bei etwa 50 bis 70 Prozent der Frauen sieht man bei der ersten Kontrolle nach circa einer Woche schon ein deutlich abgeschwollenes Bild. Bei manchen dauert es länger. Generell kann man sagen, die Wundheilung dauert circa 14 Tage, bis wirklich wieder alles normal ist. Das heißt, bis man auch wieder Sport machen kann, die Überempfindlichkeit nicht mehr so groß ist, man auch wieder Tampos verwenden kann oder Geschlechtsverkehr haben, mindestens vier bis sechs Wochen. Einfach auch um das Gewebe zu schonen und die Sensibilität wieder normal werden zu lassen. Manche Patientinnen kommen bei der zweiten Kontrolle schon so abgeschwollen und von der Wundsituation her so stabil, dass man schon sagen kann, okay, was ihnen nicht wehtut, ist erlaubt. Aber wie gesagt, für die meisten gilt etwa vier bis sechs Wochen. Damit haben wir schon ein paar von diesen Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen oder auch Komplikationen so ein bisschen angeschnitten. Ich würde jetzt diesen Teil ein bisschen mehr ausführen und zwar fange ich mal mit den Schmerzen an. Ich habe es eh schon gestreift oder geschildert. Am OB-Tag doch heftig, obwohl im Revers drinnen steht, es treten sehr selten Schmerzen auf. Aber wie gesagt, erscheint mir einfach auch als Frau gänzlich unlogisch, denn schließlich, es ist so empfindliches Gewebe und das, was die Operation macht, ist eine wirkliche Verletzung, ein Trauma, das natürlich mit einem entsprechenden Wundschmerz einhergeht. Das zweite ist die Schwellung, wo ich auch schon überlang irgendwie drüber geredet habe. Ich zeige im Rahmen der Erstberatung gerne auch Fotos her, damit die Patientinnen sich ein bisschen vorstellen können, was tatsächlich auf sie zukommt und nicht dann zu Hause schockiert sind, wenn sie es vielleicht das erste Mal selbst wahrnehmen oder im Spiegel sehen können. Die Blutungen, naja, Gott sei Dank, habe ich schon lang keine richtige Nachblutung mehr gehabt. Kann man natürlich nie hundertprozentig ausschließen, aber im Prinzip, wenn man sich so ein bisschen dran hält, das heißt, in der ersten Zeit nicht zu viel rumgeht, weil es eh nicht wehtut und sozusagen sich schont, viel liegt und kühlt, ist es eben sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie eine stärkere Blutung auftritt. Generell kann man sagen, gegen Blutung und Schwellung, Druck oder eben am Anfang, wenn es wehtut, liegen. Das heißt, liegen und viel kühlen ist den meisten auch schmerzmäßig angenehm und wenn man dann doch irgendwie aufstehen muss oder aus beruflichen Gründen vielleicht irgendwie eine längere Belastung im Stehen hat, dann ist es sinnvoll, sowas wie eine Kompressionshose anzuziehen, um sozusagen Gegendruck zu haben. Ansonsten sitzen auf einer nicht zu harten Oberfläche ist erlaubt und für die meisten Patienten auch schmerzmäßig gut möglich. Ja, wir sind schon wieder beim Schmerz und zwar auch deshalb, weil eine Komplikation, die man bei jeder Operation nennen muss, ist natürlich die Infektion und dadurch, dass das Gewebe einfach mal geschwollen ist und auch oftmals so eine blutergussmäßige Verfärbung aufweist, ist das einzige wirklich klare Kennzeichen einer Infektion der Schmerz. Das heißt, das Wiederauftreten von meist klopfenden, pochenden Ruheschmerzen ist etwas, wo ich meine Patientinnen immer wieder darauf aufmerksam mache. Bitte melden Sie sich. Lieber einmal zu früh als einmal zu spät. Einfach anrufen. Es tut mir heute wieder weh. Kann ich bitte vorbeikommen, dass wir das anschauen? Selbstverständlich. Ich würde nämlich prophylaktisch, das heißt nur zur vorsichtshalber Abschirmung, kein Antibiotikum geben, weil viele Patientinnen ja bei Antibiotika-Einnahme dann einen Scheidenpilz quasi entwickeln und das ist wirklich das Letzte, was man brauchen kann. Man muss aber natürlich davon ausgehen, dass wenn es zu einer Infektion tatsächlich kommt, also wenn ich wirklich einen Wundinfekt habe, dann muss man natürlich was einnehmen. Und selbstverständlich gibt es dann auch einige lokale Maßnahmen, die man treffen kann, um die Sache wieder in den Griff zu bekommen. Ja, das sind schon mal die wichtigsten Komplikationen. Was man natürlich noch sagen muss oder was immer wieder eine Frage ist, wie schauen denn diese Narben aus? Die Narben an sich werden in diesem Bereich eigentlich sehr zart, sodass man sie nach einiger Zeit gar nicht mehr sieht. Bei meinen Kontrollen stelle ich oft nach vier Wochen noch fest, dass das Gewebe irgendwie so ein bisschen verhärtet wirkt, nicht ganz so weich, wie man es sonst gewöhnt ist. Möglicherweise ist das eben auf Vernarbung im Gewebe zurückzuführen. Bei einem Abschlussgespräch etwa drei Monate nach OP ist das aber nicht mehr in dieser Form tastbar. Also da ist es eigentlich bei allen Patientinnen schon weg. Man sieht die Narben fast nicht mehr. Wie gesagt, unterstützen kann man diesen quasi Prozess, dass es weicher wird, eventuell durch sanfte Massagen, wie man es ja auch an den anderen Narben an irgendwelchen anderen Körperstellen durchführen würde. Ja, dann ist natürlich die Ästhetik ein Thema. Schaut es jetzt so aus, wie sich die Patientin das gewünscht hat? Ist es symmetrisch? Ist es klein genug? Oder ist noch irgendwo ein Fältchen oder eine leichte Asymmetrie feststellbar? Nun, das hofft man natürlich nicht. Also ich denke eben durch ein gutes und ausführliches Erstgespräch, durch eine gute Besprechung unmittelbar vor OP, wo man eben noch einmal die Wünsche und Vorstellungen abklärt und eben gemeinsam vereinbart, was tatsächlich gemacht wird, sollte das verhindert werden. Dennoch ist es so, dass auch durch die Abheilungsphase oder vielleicht eine Wundheilungsstörung dann möglicherweise nicht alles ganz ideal ist. Und sollte eine Nachkorrektur notwendig sein, so kann man die, ich würde mal sagen, frühestens nach drei Monaten machen, besser später. Ein zu spät gibt es da eigentlich nicht. Je mehr Zeit man dem Gewebe gibt, zur Ruhe zu kommen, umso besser. Ja, und da bin ich jetzt noch einmal über das Wort Wundheilungsstörung gestolpert. Also auch das ist eine Komplikation, die ich bislang unterschlagen habe. Kommt Gott sei Dank selten vor. Aber was wir schon manchmal sehen, ist eine Reaktion auf das Nahtmaterial. Das heißt einerseits Juckreiz gelegentlich und manchmal auch ein, ja, wie Reizerscheinung durch den Nahtknoten. Und ja, gerade bei den Läppchen und Keiltechniken gelegentlich tatsächlich leichte Dehyszenzen, das heißt auseinanderweichen der Wundränder. In diesen Fällen sind dann eben möglichst frühzeitig lokale Maßnahmen zu treffen. Dazu muss man nämlich sagen, eigentlich ist nicht wahnsinnig viel Pflege nach so einer Operation erforderlich. Auf das komme ich dann noch. Aber wenn eben irgendwo die Wunde nicht ideal heilt, das heißt wir dann irgendwo eine Rötung haben oder vermehrt Wundsekret austritt oder ähnliches, dann macht es natürlich Sinn, spezielle Salben zum Einsatz zu bringen, desinfizierende Lösungen oder eben auch Wundauflagen zu verwenden, die da dann eben sozusagen die Wundheilung unterstützen. Ja, ich glaube, damit habe ich mal einigermaßen alle Komplikationen abgedeckt. Ja, und ein ganz wichtiges Thema habe ich bislang noch ein bisschen vergessen oder nur gestreift. Das wäre jetzt die Sensibilität. Ist natürlich eine häufige Frage von Patientinnen. Nehme ich mir etwas an Sensibilität kann sein, dass ich nachher weniger empfinde, weniger spüre. Also ich mache das jetzt wirklich schon ziemlich lang, also sicher seit zwölf oder 13 Jahren und Gott sei Dank also noch nie, keine einzige Patientin hätte sich über einen Verlust ihrer Empfindung, ihrer Sensibilität jemals geäußert oder gar beschwert. Ich glaube, wenn man einfach respektvoll mit dem Gewebe umgeht und gewisse Dinge einfach nicht tut, also von chirurgischer Seite, dann sollte das überhaupt kein Problem, kein Thema sein, weil im Endeffekt das, was man entfernt ist, jenes Gewebe, das ohne dies ständig vermehrter Reibung ausgesetzt ist und damit meistens ohne dies weniger empfindsam ist. Dennoch ist es natürlich ein wichtiges Anliegen der Patientinnen, dass sichergestellt ist, dass da sozusagen nichts passiert. Manchmal kommt auch die Frage, kann sein, dass ich nachher mehr empfinde? Naja, also ich möchte grundlegend festhalten, dass es definitiv keine Operation, um sozusagen das sexuelle Empfinden zu steigern, aber manchmal hört man schon, dass die Patientinnen das so empfinden, einfach weil sie sich vielleicht weniger genieren, das Gefühl haben, sie müssen da nichts mehr verbergen und sich in ihrem Körper wohler fühlen oder auch, weil sozusagen, wenn dann Haut vom Klitoris Mantel vorher in mehreren Lagen die Klitoris bedeckt hat und das dann reduziert ist, bis auf die eigentliche weibliche Vorhaut oder wie ich immer mal das jetzt nennen möchte, die unmittelbare Klitoris Bedeckung, dass wenn dieses Gewebe eben nicht mehr so störend vorhanden ist, dass es vielleicht dann tatsächlich die Sensibilität sogar etwas verbessert ist. Auch immer eine Sensibilitätsminderung kann ich ja mal ruhigen Gewissens aus meiner Erfahrung verneinen. Ja, irgendwie sind wir da auch dann schon noch mal zurück bei dieser Thematik, wie pflege ich denn nach der OP? Auf was muss ich denn aufpassen? Was darf ich machen und was darf ich nicht? Generell muss man sagen, es ist relativ unkompliziert und in dem Zusammenhang ist weniger, wirklich mehr, weil man muss jede andere Wunde am Körper, die nach einer Operation vor allem einem ästhetischen Eingriff entstanden ist, die würde man steril verbinden, trocken halten, ruhig stellen, Narbentherapie betreiben etc. Nun, in dem Bereich ist es nie trocken, man kann es nicht ruhig stellen und man kann es eigentlich auch nicht verbinden und trotzdem heilt es eigentlich sehr gut. Ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass wir sonst schon ausgestorben werden. Ich meine, bei jeder Geburt kann irgendwo eine Verletzung im Bereich der Labien entstehen und ja, wie gesagt, es heilt erstaunlich unkompliziert und demnach ist auch nicht allzu viel Pflege nachher notwendig. Man kann ganz normal auf die Toilette gehen, auch wenn das vielleicht die ersten ein, zwei Tage ein bisschen brennen könnte, aber man muss immer irgendwie im Kopf haben, Harn ist steril, das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt nachher sofort desinfizieren. Überhaupt würde ich sagen, nicht zu viel Desinfektionsmittel. Man zerstört sich sonst auch die natürliche Scheidenflora und kann damit Getreizerscheinungen oder eben Pilzinfektionen sozusagen ermöglichen. Duschen prinzipiell ab dem zweiten Tag möglich, wobei der normal eingestellte Duschstrahl wahrscheinlich unangenehm und zu hart empfunden wird, eher nur abspülen. Gerne mit einer Intimduschlotion oder einem desinfizierenden Duschgel. Ist aber nicht unbedingt notwendig, Wasser allein reicht auch. Zugleistern mit Salben würde ich sagen, nein. Man muss aber schon bedenken, dass wenn es blutet und man am Anfang vielleicht irgendwie eine weiche Binde als Schutzpolster verwenden möchte, dass dann sozusagen es passieren könnte, dass sich leicht blutige Nähte mit der Binde irgendwie verkleben oder so. In dem Fall würde ich eine Fettgase empfehlen, beziehungsweise dünn eine Wund- und Heilsalbe einfach nur auf die Binde auftragen. In diesem Zusammenhang sei nur erwähnt, ich gebe normalerweise nach der OP immer so ein kleines Care-Paket mit, wo eben diese Dinge drinnen sind. Also ein paar Schmerzmittel, weiche Binden, die erwähnte Fettgase und auch eine große Spritze für eben Spülungen, entweder mit einer richtigen Vaginalspülung oder auch einfach mit kühlem Kamillentee oder Eichenrindenextrakt. Ja, sollten irgendwo Reizerscheinungen auftreten, das habe ich eh vorher schon erwähnt, dann würde man im Rahmen des Beratungsgesprächs einfach darüber reden, was für Salben dann vielleicht doch notwendig sind oder ob man irgendeine Wundauflage oder ähnliches verwendet. Generell muss man sagen, ich bin natürlich nach so einem Eingriff ständig und auch rund um die Uhr erreichbar, falls es nur irgendwelche kleinen Fragen gibt, die man vielleicht am Telefon klären kann oder aber natürlich zum vereinbaren von einem akuten Kontrolltermin. Ja, ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass die Wundheilung eben circa zwei Wochen dauert und demnach sind die Kontrolluntersuchungen auch auf diesen Ablauf irgendwie abgestimmt. Das heißt selbstverständlich jederzeit bei Bedarf. Ansonsten nach einer Woche, um einmal zu schauen, ob die Wundheilung in Ordnung ist, ob man eben irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen benötigt, dann eben nach zwei Wochen, manchmal eben zum Entfernen von Nahtknoten, dann wieder nach vier Wochen sozusagen die abschließende Kontrolle im Sinne von, kann das Leben wieder normal werden, kann man wieder Sport machen, was ist alles jetzt erlaubt und gegebenenfalls nach drei Monaten oder jederzeit später, wenn es von Patientenseite irgendwelche Dinge gibt, die man besprechen möchte oder besprechen muss, ob vielleicht tatsächlich eine Korrektur erforderlich wäre. Ja, ich glaube mal, damit bin ich weitgehend am Ende meiner Ausführungen angelangt. Das Ganze gibt es natürlich auch in schriftlicher Form. Ich habe da so einen kleinen Ratgeber zusammengestellt und einiges finden Sie auch auf meiner Homepage www.drezek.at oder in der Beschreibung zum Video gibt es einen Link zu dem zuvor erwähnten Ratgeber. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen, damit man sich die ganze Geschichte ein bisschen besser vorstellen kann. Natürlich ist das jetzt nicht vollständig. Dazu gibt es ja auch ein Beratungsgespräch und ich würde mich freuen, Sie gegebenenfalls zu einem solchen begrüßen zu dürfen.